das ist der kurze mein Krafttest bei dem der zu laut ist ok hier verklebt extrem so ja also wer noch eine Idee hat hier meine Einstellungen wer noch eine Idee hat wie ich da machen kann soll sich bitte bei mir melden sonst ist das Minecraft Let's Play beendet und ja das war's tschüss Leute